Wann fängt es an, unangenehm zu werden? Wenn ein Kollege Nähe sucht, sexistische Witze macht oder übergriffig wird? Jeder wird darauf seine eigene Antwort finden und sich gut überlegen, wie er darauf reagiert. Klar ist, rechtlich handelt es sich um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Unter sexueller Belästigung versteht man eigentlich jede sexuelle Handlung, die unerwünscht ist und die die Würde des Betroffenen verletzt. Also dazu zählen sexistische und erniedrigende Kommentare, genauso wie körperliche Annäherungen, die nicht gewollt sind. Die Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung legt jetzt eine Studie vor, die zu dem Ergebnis kommt, dass jeder zweite Befragte so etwas am Arbeitsplatz erlebt hat. Doch kaum jemand kennt seine Rechte. Ganz wichtig ist auch, dass die Opfer wissen müssen, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, sie vor sexueller Belästigung zu schützen. Das kann von einer Abmahnung bis hin zu einer Kündigung gehen. Das heißt, hier muss etwas unternommen werden. Das wissen die wenigsten. Katharina wurde unter fadenscheinigen Gründen versetzt, als ihr Vorgesetzter eine neue Favoritin fand. Und zuvor soll der Chef sie sexuell belästigt haben, mit ständigen Komplimenten über ihre Brüste. Irgendwann soll er auch zugegriffen haben. Ich habe mir einen Kaffee und ein Glas Wasser geholt. Somit waren beide Hände belegt und ich wollte zurück an meinen Platz. Der Chef kam mir entgegen, war K.O. Ich habe ihn darauf angesprochen. Er sagte, er hätte zu viel Arbeit und ich habe ihm gesagt, er soll auch mal Nein sagen können. Und daraufhin, unerwartet, hat er mit seinem Finger auf meine linke Brust getatscht. Doch erst als der Chef sie loswerden will, macht Katharina die Übergriffe öffentlich. Die Personalchefin geht gar nicht darauf ein. Katharina wird versetzt. Arbeitnehmer können die Täter anzeigen. Ich habe die Möglichkeit, mich mit einer Strafanzeige zu wehren. Muss dann aber den Weg eben zur nächsten Polizeiwache auf mich nehmen. Der wird den meisten auch nicht leicht fallen, sich dort zu offenbaren. Die Opfer sind häufig Mitarbeiter mit befristeten Verträgen. Sie haben Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Viele trauen sich daher nicht, die sexuellen Übergriffe zu melden. Wer sich wehrt, schadet sich unter Umständen selbst. Wir machen leider die Erfahrung, dass die Opfer, wenn gegen die Täter vorgegangen wird, die Opfer mit entsorgt werden. So kann es nicht weitergehen, so die Chefin der Antidiskriminierungsstelle. Eine Kommission erarbeitet nun Vorschläge. Einen